Man kann auf Rücken stehen ohne Hebel. Ich zeige das jetzt an der Leber und zwar am rechten Ligamentum triangularis. Der Patient holt sich etwas nach vorne. Es hilft vielleicht jetzt hier etwas flach zu atmen. Das ist zu intensiv. Ich gehe also rechts unter den Rippenbogen und dann rhythmisch anheben und loslassen. Wenn ich jetzt das Ganze mit Hebel machen will, kann ich einfach den ganzen Brustkorb praktisch wegdrehen und kann das Ganze rhythmisch machen. Die beiden Anwendungsweisen gibt es. Rhythmische Dehnung mit Hebel oder ohne Hebel.